was geht ab leute das ist heute unseren dritten tag in bangkok ich bin aktuell noch im hotel die aussicht von hier aber ist einfach nur brutal 34 stock mitte in der stadt richtig richtig nice ich habe meine kamera mit dabei und ich gehe jetzt ein bisschen fotografieren und da nehme ich euch mit so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.